Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Es freut mich wieder riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt und ja heute möchte ich mit euch über die folgenden Themen sprechen. Zu allererst gucken wir uns in zwei verschiedenen Artikeln die aktuelle Bitcoin-Situation an und warum der Kurs aktuell rückläufig ist und zu guter Letzt gucken wir uns an, warum von Ex-Bitcoin ETF zurückgezogen wurde und warum das sogar positiv sich auf den Kryptomarkt auswirken wird. Wie gerade schon eingekündigt, gucken wir uns jetzt in zwei verschiedenen Sichtweisen den Bitcoin-Kursrückgang an und zuallererst muss man natürlich sagen, dass dieser Marktrückgang, den wir gerade sehen, von vielen verschiedenen Personen prognostiziert wurde. Es gibt, wie ich ja schon in den letzten Videos häufig erwähnt habe, zwei Lager, die sich nun darüber äußern, wie der Bitcoin sich in Zukunft bewegen wird. Die Hoffnungen waren ja, dass der Bitcoin weiter nach oben gehen wird in der nächsten Zeit. Aktuell zeigt der Bitcoin aber, dass er darauf nicht hört und grundsätzlich kein Interesse daran hat, sich wirklich weiterhin positiv zu entwickeln. Und er hat sich nun quasi entschieden, den Abwärtstrend, den es in der letzten Zeit so gab, so ein bisschen fortzuführen. Aktuell sehen wir 3,5% Minus, wenn wir uns den aktuellen Preis des Bitcoins angucken. Und das, was ich grundsätzlich erstmal dazu sagen kann, ist natürlich, dass solch ein Rückgang nicht unbedingt schlecht betrachtet werden muss oder negativ betrachtet werden muss. Es gibt auch immer positive Seiten oder positive Aspekte bei solchen quasi Rückgängen des Preises. Man hat natürlich zum einen die Möglichkeit, günstiger in den Markt einzusteigen, sofern man an ihn glaubt. Falls man nicht an den Markt glaubt, dann kann man jetzt weiterhin hodeln und hätte dann zwar Verluste, hofft aber natürlich, dass es in der Zukunft wieder nach oben geht. Die Frage ist natürlich, in welche Richtung der ganze Markt sich in Zukunft bewegen wird. Dazu haben wir gestern zum Beispiel auch nochmal eine Prognose von der einen oder anderen Person uns angeguckt. Das Ganze wird immer ziemlich stark von euch kritisiert, was ich ja auch absolut nachvollziehen kann. Denn in der Vergangenheit gab es so gut wie kaum Prognosen, die wirklich eingetroffen sind. Vielleicht die ein oder andere, die so ein bisschen in die richtige Richtung ging. Aber letztendlich gab es niemanden, der einen Volltreffer gelandet hat. Und ich finde dieses Thema der Prognosen grundsätzlich interessant. Ich vertrete keine dieser Prognosen zu 100 Prozent, sondern finde eher die Richtung, in die die eine oder andere Prognose guckt, wie gesagt, interessant. Und übernehme sie nicht eins zu eins, sondern glaube sogar persönlich daran, dass der Bitcoin und auch die Blockchain natürlich und andere Kryptowährungen die Chance haben, langfristig zu überleben und grundsätzlich auch die Finanzwelt einfach neu zu definieren, sie quasi weiterzuentwickeln. Und das ist meine Ansicht. Und ich glaube auch langfristig, dass das funktionieren kann. Ich kann aber natürlich mich nur auf verschiedenste große Zahlen stützen und ich sage zum Beispiel, dass der Bitcoin sicherlich in zwei Jahren deutlich besser dastehen wird, als es heutzutage der Fall ist. Aber das ist nur meine eigene Einschätzung, meine Meinung zu dem ganzen Thema und beruht natürlich jetzt nicht auf einem Fakt oder ich kann es natürlich niemandem versprechen. Und ich glaube, jeder, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt, mit dem Bitcoin und schon seit einiger Zeit dabei ist, wird sich Gedanken darüber gemacht haben, warum er in den Markt eingestiegen ist und wo die Reise überhaupt hingehen wird. Und das, was mich jetzt einfach mal interessiert ist, wie seht ihr denn eigentlich die Lage, die wir aktuell hier tagtäglich sehen? Und wo, glaubt ihr, wird der Bitcoin bis zum Ende 2019 oder vielleicht sogar bis zum Ende 2020 hingehen? Schreibt es doch gerne mal unten in die Kommentare, dass wir uns da so ein bisschen austauschen können darüber. Denn mich interessiert natürlich auch eure Meinung. Ich finde immer diese Kritik, die ich von euch erfahre, grundsätzlich ja spannend. Meistens ist sie nicht konstruktiv, sondern sie ist eher negativ geschrieben. Und ich würde mich einfach mal über konstruktive Kritik bzw. über eure Meinung freuen, um einfach mal einen kleinen Austausch mit euch haben zu können. Letztendlich muss man, wenn man sich den aktuellen Preis nun ansieht des Bitcoins, auch die ein oder andere technische Analyse mit hier zu Rate ziehen. Murat Mahmoudov hat in den vergangenen Jahren die eine oder andere Bewegung richtig vorhergesagt. Natürlich kein Punkttreffer, aber die Person glaubt grundsätzlich, dass der Bitcoin auch zukünftig erstmal noch weiter fallen wird auf ungefähr 1800 Dollar pro Bitcoin. Und dass es erst dann eine Erholung bzw. Trendumkehr geben wird. Da ist natürlich die Frage, ob das tatsächlich der Fall ist. Es gibt andere Leute wie zum Beispiel JP Morgan bzw. das Unternehmen JP Morgan, die zum Beispiel eine Prognose aufgestellt haben, dass der Bitcoin sogar bis 1250 Dollar fallen würde. Ob das tatsächlich passiert, wissen wir natürlich zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht. Wenn es aber bedeutet, dass der Bitcoin sich danach wieder stabilisiert, dann glaube ich, ist jedem recht, dass wir noch weiter sinken. Was wir uns außerdem hier mal angucken sollten, ist nämlich nicht nur die Preisentwicklung, sondern auch, dass daraus keine Panik entstehen sollte. Hier wird ganz gut zusammengefasst, dass obwohl der Markt sich rückläufig bewegt, das heißt, dass der Preis nach unten geht, dass es trotzdem wirklich positive Dinge gibt, Weiterentwicklungen gibt des gesamten Marktes, die dafür sprechen, dass der Markt auch zukünftig sich erholen wird. Wenn wir uns zum Beispiel mal die Thematik angucken, und da wird Venezuela nun mal häufig genannt, wie in verschiedensten Ländern der Bitcoin genutzt wird, um sich zum Beispiel vor der aktuellen Volatilität bzw. Inflation dort zu schützen, dann ist das ziemlich beeindruckend. Denn der Bitcoin, Dash und andere Kryptowährungen finden dort Anwendung, weil es einfach die beste Alternative ist. Die eigene Währung ist extrem inflationär unterwegs. Niemand weiß genau, was am nächsten Tag passiert, wie viel das Geld noch wert ist. Und um sich davor zu schützen, wird der Bitcoin als Wertspeicher quasi genutzt oder auch Dash oder andere Kryptowährungen. Und das ist natürlich ein Schritt in die richtige Richtung. Auf der einen Seite ist natürlich die Inflation nicht schön für die Bevölkerung von Venezuela, aber auf der anderen Seite sind sie lösungsorientiert unterwegs und setzen sich mit dem Thema auseinander, um sich selber langfristig schützen zu können, was ich also sehr, sehr beeindruckend finde. Dann haben wir zum Beispiel die Errungenschaft, falls es tatsächlich umgesetzt wird, dass das Samsung S10 zukünftig wohl ein Kryptowallet haben soll, das vorinstalliert ist. Ob das tatsächlich passiert, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wirklich klar. Aber die Theorie steht und der Wunsch steht auch, dass das in Zukunft passiert. Das bedeutet natürlich auch, dass Samsung dadurch viele verschiedenste Kunden akquirieren kann, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, Kryptowährungen kennenzulernen. Und das ist natürlich ein guter und richtiger Weg, um hier weitere Menschen zu aktivieren, die sich dann tatsächlich, wie gerade schon gesagt, mit dem Thema dann auseinandersetzen wollen. Und zu guter Letzt haben wir natürlich auch das Thema, dass Blockstream hier daran arbeitet, verschiedenste Satelliten im All fliegen zu lassen in der Umlaufbahn, um dadurch quasi die Möglichkeit der Kommunikation, des Transfers von verschiedenen Kryptowährungen beziehungsweise dem Bitcoin zu ermöglichen, ohne in irgendeiner Art und Weise das Internet nutzen zu müssen. Das ist natürlich eine Errungenschaft, die so ein bisschen altmodisch ist, wenn man das so nennen möchte, aber der richtige Schritt in die richtige Richtung ist, um eine globale Vernetzung hier auch wieder zu ermöglichen, gerade in Bezug auf Kryptowährungen. Das heißt also, wir sehen grundsätzlich viele verschiedene Weiterentwicklungen, auch Second-Layer-Technologien und so weiter, die hier initiiert werden beziehungsweise umgesetzt werden. Und wir sehen einfach eine Fülle an vielen verschiedenen Dingen, die wirklich gut funktionieren. Und dennoch bewegt sich der Kurs gerade in die falsche Richtung und wir sind einfach mal gespannt, was in der nächsten Zeit so passiert. Und zu guter Letzt gucken wir uns noch die Entscheidung von VanEck an den ETF zurückzuziehen. Es gab ja grundsätzlich die Hoffnung, dass der ETF in Q1 2019 freigegeben wird. Der 28. Februar stand hier auf dem Tacho. Und jetzt gab es ja die Entscheidung, dass der ETF-Antrag zurückgezogen wurde. Das Ganze hat VanEck tatsächlich sogar bewusst gemacht. Wenn man sich seine Aussage mal anguckt, er sagt ja nämlich, die SEC ist von der Schließung betroffen. Es geht da um den US-Shutdown. Wir waren mit der SEC in Gesprächen über Bitcoin-bezogene Probleme, Verwahrung, Marktmanipulation, Preise und das musste aufhören. Anstatt zu versuchen, durchzudrehen oder etwas zu unternehmen, haben wir die Anwendung einfach gezogen und wir werden die Akte neu einreichen und erneut die Diskussion quasi beginnen, wenn die SEC wieder in Gang ist. Bedeutet also nichts anderes, sie haben jetzt den Government-Shutdown genutzt, um den ETF-Antrag wieder zurückzuziehen, nachdem es immer wahrscheinlicher wurde, dass die SEC den Antrag ablehnen wird. Und um diesem Urteil quasi zu entgehen, hat VanEck sich dazu entschieden, und das ist wirklich eine kluge Entscheidung, den Antrag lieber zurückzuziehen, denn ein zurückgezogener Antrag durch den Shutdown, den er jetzt hier natürlich benutzt hat, ist natürlich deutlich besser, als wenn etwas abgelehnt wird und du dann nochmal in Revision gehen möchtest. Und letztendlich hat er natürlich nun die Möglichkeit, das ganze Thema nochmal zu überdenken, zu überarbeiten, die Probleme, die sie in der Kommunikation gefunden haben, zu überarbeiten, damit es auch zukünftig die Möglichkeit gibt, den ETF durchzuwinken. Und das Ganze wird wieder kommen, wie sie gesagt haben. Ja, bis zum jetzigen Zeitpunkt war es also ziemlich wahrscheinlich, dass der ETF von VanEck abgelehnt wird. Und jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, einen noch besseren ETF quasi eingereicht zu bekommen, der dazu führen sollte, dass es weitere Investoren gibt, die in den Markt zukünftig einsteigen. Wir sind einfach mal gespannt, wann VanEck sich dazu entscheidet, den Antrag wieder einzureichen, wann er sich wieder mit dem Thema auseinandersetzt und vor allem, wann es dann weitergeht und vor allem auch, wie schnell die SEC hier überhaupt eine Entscheidung treffen möchte oder kann. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben spannende Zeiten vor uns. 2019 wird sicherlich ein sehr interessantes Jahr und darauf freue ich mich extrem. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls es so war, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao. Und dann, mir drab da wieder. Um Saúde. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ho, ho. In Steel uah Universität Kiinnen 4